Was ist denn hier los mit dir? Habt ihr wieder Hähnchenherzen mitgebracht? Na, jetzt hast du gegessen, jetzt drückst du in der Unabuchse, jetzt willst du wieder raus. Redest du nicht mit mir? Bist du beleidigt? Bist du beleidigt? Wimmy, wie findest du denn deinen neuen Rucksack, den wir bestellt haben? Also ich bin nicht so begeistert, muss ich sagen. Der ist total labberig. Unten der Boden, der ist auch so richtig weich. Ich hab ihn jetzt einmal drinnen sitzen gehabt. Der arme hockt da drin wie so ein nasser Sack. Also das kann ich ihm definitiv nicht antun. Aber er hat sich drinnen wohl gefühlt, er ist reingegangen. Und jetzt willst du unbedingt raus. Ne? Weil die Hähnchenherzen drücken hinten. Jetzt musst du dein Geschäft erledigen. Stimmt's oder hab ich recht? Willst du mal hier reingehen, um den Leuten mal zu zeigen, wie das aussieht? Ne, hast du keinen Bock, ne? Vielleicht heute Abend in einem Live? Sollen wir das so machen? Dann geh mal raus. Aber komm heute Abend wieder, ja? Da geht er da hin, mein Baby. Willst du auch raus, Kuschilein? Komm. Komm, ich lass dich auch raus. Na geh, Mäuschen. Hopp! 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 Untertitelung des ZDF, 2020